So, und wir sind wieder da. Ich bin der Tapetenmenschler, das ist Alice und ich möchte auch nicht weiter rumreden, denn ich bin gerade gestorben und wir müssen den ganzen Quatsch nochmal machen. Und da es relativ nervig ist und ich eigentlich überhaupt keine Lust dazu habe, werde ich versuchen hier jetzt relativ schnell durchzurennen. Solange ich mich nicht verirre oder sonst was tue, versuche ich relativ schnell diese... diese... diesen Level zu... Nein, nein! Oh, oh, oh! Ja, ja, es ist sehr elegant. Ich bin... Ja, was hat der eigentlich hier für eine... Zweit... Achso, das ist seine zweite. Hier so Flammen und so, ja gut. Also, äh, Zweitfunktion der Waffe meinte ich jetzt. Ich möchte nicht brennen, also bitte spart euch. Ein... ein in Flammen aufgehen. Ja, gut. Großes Herz, Metaessenz technisch, ähm... Hier laufe ich anscheinend hier zurück. Nein, tue ich nicht. Hallo, hallo, unbekannter... Roboter, weiterer unbekannter Roboter, nein. Oh doch, Hilfe, wah, mehrere unbekannte Roboter. Ich sollte nicht unbedingt, ähm... Hier, bitteschön, ähm... Meine Güte sind hier viele Roboter. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Egal. Wir haben ja noch ein paar mehr... Oh, Hilfe! Es ist verwirrend. Ich glaube, ich sollte weglaufen. Oder sonstige Dinge tun. Ähm, ja. Haudelididli! Hau ab! Nein, ich möchte nicht eingefroren bleiben. Eingefroren werden. Uh, 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 uh... Ja, ja, sterb bitte. Es klingt schon mal gar nicht so schlecht. Hau ab! Äh, hau ab! Nein, nicht Alice, nein, nicht der... Ben. Okay, dieser Plan war nicht sehr gut. Hm. Äh. Ja, beim ersten Mal hat das besser funktioniert. Ähm, wahrscheinlich ist das keine gute Idee, durchrushen zu wollen. Deshalb einfach mal wieder laden. Und das nächste Mal probieren. Hahaha, wir haben ja genug Zeit. Äh, und da ist unheimlich viel Spaß dabei. Level-Abschnitte zu wiederholen! Hahaha. Ah, ist das schön. Ja, komm. Wo ist der erste Roboter? Robi! Blü, 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 blü. Robi, toll, ja, genau. Roboter. Roboter. Ah, du wieder, komm. Nein. Ja, daneben doch. Aber du stirbst jetzt erstmal, ja? Weil du kannst Feuer nicht ab... Ja, siehst du. So musst du das machen. So ist das richtig. Dann kannst du mir ein schönes, dickes Herz hinterlassen. Und alle freuen sich. Mich inklusive. Und jetzt sitzt das an dir fest, du dumme Kuh. Nein, noch nicht. Aber ich möchte gerne, dass du hier, ne? Komm. Hier, ich möchte werfen. Danke. Oh, ja, 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 komm. Oh, oh, oh. Oh, da bist du. Da bist du. Ja, da gebe ich dir was. Ja, los, komm. Naja, das scheint ja nicht richtig zu funktionieren. Deswegen mach ich da hier so. Na. Das ist jetzt nicht optimal verlaufen. Aber anscheinend habe ich es auch nicht so. Beim ersten Mal hat es besser funktioniert. Wir sollten besser haushalten mit unseren Fähigkeiten. Ich möchte doch nur... ...die Kanalisation wieder erlangen. Äh, er kann... ...kann das. Stirb! Oh nein, nicht diese Stelle wieder. Ach, Kerl, Leute. Ja, siehst du, hier bin ich doch schon. Au. Äh. Na, komm. Ähm. Hm. Äh, ja. Äh, ich spiele gerade mit dem Gedanken, das rauszuschneiden. Äh. Aber ich sehe es auch nicht ein, warum ich aufnehme und es dann nicht verwende. Wer es also nicht sehen will, ich schreibe irgendwas davor. Man muss es sich nicht ansehen. Ähm. Ich schreibe let's fail davor. Dann weiß man schon gleich, was einen erwartet. Das ist dann aber auch wirklich fail. Äh. Es ist dann keine Untertreibung. Also, überhaupt keine. Nicht mal ansatzweise. Alter. Ey, wie... Wie... Wie lange willst du eigentlich noch überleben? Ja, siehs, der geht doch. Das Gefälle muss ja auch irgendwann mal aufhören. Vielleicht sollte ich auch einfach mal häufiger speichern. Speichhorn. Nein. Oh, oh. Du blöde. Blüde, Heiny. Ich nehme jetzt einfach mal die Waffe und dann kannst du mir machen. Bo 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 bo. Haut ab. Ich möchte jetzt gerne Energie. Ich glaube, da hinten habe ich mal welche gesehen irgendwann. Geh' jetzt doch einfach mal hin. Oder irre ich mich. Nein. So, und bevor ich hier jetzt sterbe, speichere ich. Das ist eine intelligente Idee, lieber Metzger. die hättest du auch vorher haben können. So, und ich habe schon fast wieder unheimlich viel Zeit damit verbracht, zu versagen. Na komm. Ach, dich kann ich jetzt nicht angreifen. Dann mach ich das mal so. Nein. Mach mich doch nicht immer... Ja, nee. So ge... Hm. Hab ich das versehentlich auf einen Albtraum gestellt? Oder bin ich einfach nur zu dumm zum Spielen heute? Na, Kinder. Kinder. Was macht das? Das macht keinen Spaß. Ne? Das macht voll keinen Spaß. Jetzt kommst du hier wieder mit deinen Lenkgranaten... Lenk... Lenkraketen... Mist. Quatsch. Ja, los, komm. Ja, los. Komm, du... Du hast doch... Aua. Hallo. Mach dir mal tot. Wo sollt sie... Hilfe. Danke. 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 Ähm. Problem. Ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Ich glaube, hier komm ich. Von hier komm ich. Von hier komm ich. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Oh, ich hätte heute nicht spielen dürfen. Das ist ja ein Armutszeug. Ja. Von hier komm ich. Hm. Hm. Ja. Hm. Dumm, die Dumm. Ja, genau. Hier war ja auch einer. Oh. Ja, komm. Das scheint ein Spielzeug zu sein, das ich nicht kenne. Denn solange der Ball hüpft, springen diese Dinger durch die Gegend, wie man sieht. Ja. Ähm, wie man dieses Spiel nennt, ich weiß es nicht. Man möge mich aufklären. Hallo. Hallo. Hallo, unbekannte Roboter, bitteschön. Was zum Spielen. Hallos. Machst du kaputt? Machst du kaputt? Hallo, unbekannte Roboter. Hier, bitteschön. Machst du was zum Spielen? Oh nein. Na komm. Hui. Das wird ja auch nie helfen. Du hast dich auch nicht so viel bewegen, Roboter. Weil sonst ist das ja nicht sinnvoll hier. Mit dem... Mit dem Spielen. Mit dem Spielzeug. Ja, und es kann gut sein, dass ich jetzt weniger rede, weil ich ein bisschen... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hilfe. So, ähm. Mögen sie erscheinen. Na, wo sind sie? Da ist einer. Ich glaub, den mach ich mal platt. Was? Den hau ich jetzt aber auch. Obwohl, nee, will ich den hauen? Ich weiß es gar nicht. Hm, ich könnte auch mal... Hallo. Kuckuck. Oh, du, du, du. Nein, nein. So dumm bin ich nicht. Ich bitte dich. Du unterschätzt meine Intelligenz. Jetzt bin ich hier. Habe ich das ja... Beim letzten Mal habe ich das echt übersehen, ne? Das ist schon spannend, was man so übersieht. Los, komm. Da will ich jetzt was hin. Das bringt nichts. Vielleicht treffe ich das ja. Nee, ich schmeiß das. Ha! Aber, ähm... Anscheinend bringt es auch nichts. Äh, ja. Vielleicht bringt es doch was. Ich werde auf jeden Fall speichern. Das bringt es. Und mit dem Speichern werde ich erneut eine Pause machen. Äh, das war's mit Let's Fail, Alice. Ähm, ja. Man darf ja auch mal failen. Ich bin ein bisschen häufiger als andere. Ja, und ich sage damit Tschüssi. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt Spaß. Macht, was ihr am liebsten tut. Und ich hoffe, es geht euch weiterhin unheimlich gut. Bis dann.